Bitte, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. So, erstmal möchte ich mich hier erstmal bei meinen ganzen Abonnenten bedanken, bei meinen Zuschauern, dass euch die Real Life Videos so gut gefallen, dass ihr meine Botschaft so vermittelt, dass ihr die auch annimmt und dass ihr sogar keine Probleme habt mit meiner schlechten Kamera, die ich hier habe, die ja immer wieder mal hier ein bisschen rumspackt, mal der Hintergrund sich ein bisschen bewegt, aber wenn man genau hinhört, dann hinguckt, dann sieht man das vielleicht auch nicht. Der Autofokus meiner Kamera muss sich mal ausstellen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema hier, ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei allen für 76 Klicks bei Wie wird mein Millionär Video und wow, Dankeschön. Ich habe heute mal eine Parodie von ein paar YouTuber und ich vermisse heute auf YouTube leider immer mehr die Menschlichkeit, die Menschlichkeit, die ist heute kaum noch, ich habe schon viele Beleidigungen bekommen und so, aber da muss man drüber stehen und ja, immer wissen, es gibt noch coole YouTuber wie Dan Ash, wie Papa Schlumpf, wie Totti, Will Rabbit, wie JustinTV, ich kann jetzt, ich habe so viele Abonnenten, ich kann die alle aufzählen. Fange ich an mit der Parodie, hier ist Papa Schlumpf, viel Spaß dabei. Hallo, hier ist der Papa Schlumpf. Ja, Leute, mit dem Denos. Hallo, Denos. Ghost, Ghost, auf der Map, Hijacket, ja. Ein Kaffee. Ja, mit der Waffe, Harry Becher. Ja, das war dein Papa Schlumpf, ich wusste wirklich nicht, wie ich dich parodieren soll. Aus dem Grund habe ich den Kaffee natürlich im Vordergrund gestellt. Fangen wir an mit Denos. Sehr schwierig, habe ich tausendmal hier versucht. Mäusenfreunde, hehehe, Denos hier, Midnight Hunter Nummer 1, ja, ja, meine neue Serie, ey, wow. Ja, he, Titanfall, ja, he, he, Bisa Fun Clan, ah, boah, ich habe mich mega gefreut. Und, ah, eine Ente, hat mein, äh, mein, 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 meine Fernbedienung zerstört. Boah, Riesendank, Riesendank. So, das war jetzt, äh, Denos. Ich habe mich einfach mal ein bisschen aufgedreht. Parodiert, ich hoffe, du verstehst das. Und jetzt Totti. Ah, mein Moin, dieser Totti, live von der Farbe. Herzlich willkommen zu einem Abonnenten-Gameplay. Ein 500.000 zu 1 auf der Nuketown-Map mit der Sniper, ja, ich grüße den Denos und den Papa-Schlupf. Ja, boi, moin, live von der Farbe hier, der Ninja-Totti, oh, das wird schwer, oh, oh, oh Gott. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bei Parodie von YouTuber.